Guten Abend, bonsoir. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Im Namen der deutsch-französischen Gesellschaft Baden-Baden seien Sie herzlich willkommen. Sie sind so zahlreich erschienen. Es spricht für diese deutsch-französische Freundschaft, die wir gemeinsam in Baden-Baden seit 1956 mit viel Liebe pflegen. Seien Sie stolz auf Ihren 3. Oktober. Die Ereignisse vor 20 Jahren zeigen, dass Sie es sein dürfen. Und wir, Franzosen, teilen Ihre Freude als Europäer und nach Bach. Also, vive l'Allemagne, vive l'Europe und vive l'amitié franco-allemande.